Oh, komm, mach das Köpfchen wieder raus, ey. Komm, mach das Köpfchen raus. Scheiße. Pains, ein bisschen vorsichtig. Schon zammack ist einer. Mit Waffe. Lange Waffe. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Scheiße. Hab ich ihn? Was geht denn da, Zamek? Ah, Kavala Kursor. Ah, da ist Licht. Kann das jemand mir sagen, was für ein Licht? Nee, ich kann kein Licht sehen. Egal, ich muss jetzt auf, Alter. Sonst, mein Internet geht gleich weg. Das geht immer weg. Das restartet sich. Ey, Matt. Ja? Kann ich auslocken? Nein, darfst du nicht. Bist im Kampf drin. Ist der Typ tot? Nein, der ist nicht tot. Wir haben alle, die angegriffen haben, getötet. Oh, ist der durch die Luft geflogen, ey. Ey, ich brauch dich aber noch kurz. Du musst die Zamacs knacken. Bitte. Ich geb dir Deckung. Es geht nicht anders. Alter, der labert mir die ganze Zeit die Ohren voll und einer von der Schreien, wahrscheinlich Stuhlmess, soll kommen und irgendwie, keine Ahnung was, der Spotter oder Sniper soll kommen. Ja, sag, sag, sag ihm. Ich komme gleich, wenn das hier vorbei ist. Ich glaube, der Helm ist komm gleich, ey. Ja, ich kann echt nicht mehr. Ich versuche jetzt noch das scheiß Ding zu knacken und dann gehe ich echt auf, okay? Ja, okay. Ey, steht da hinten in der Kurve der Zamex. Ja, steht in zwei Zamex. Oder vorne. Und sammeln, ey, lauf direkt durch die Leichen und sammel Geld ein, vielleicht. Stehen die da unten, wo auch die Bullen-Karre steht, oder? Ja, genau, genau. Wie gesagt, lauf erst durch die Leichen, sammel Geld ein und... Du musst dir sagen, wo überall Leichen sind. Ähm, am... Was ist da gleich zu markieren? Also, genau. Hier ist, glaube ich, einer. Aber eigentlich müssten alle tot sein, ey. Ich mach mal meine Waffe ins Auto und da komm ich zu Fuß zu euch. Äh... Bei dem... Ich geh mal gucken. Ist wirklich nichts beim Ding. Äh, Pains, was hast du für eine Waffe? Mk1. Ah, okay. Was kostet die? Wenn ich sie verliere? Verlieren würde? Wenn du sie mir ausleist? Äh, ich hab grad eine private Nachricht gekommen, die hat er wahrscheinlich falsch geschickt. Was denn? Ähm, von K... Ah, ne, von KSK Basti. Oh, wenn ihr was Großes vorhabt, an der Coca-Plantage stehen, da sind drei Geräte und drei... Ah, seht ihr, Jungs, und ihr wollt jetzt nämlich offline gehen. Das ist nämlich scheiße. Ja, mein... Mein Internet geht ja weg. Also, mein Internet restarted. Pains, jeder Mann zählt. Du hast doch gesehen, wir haben's jetzt hinbekommen. Ja, Digga, trotzdem. Ich kann nichts dafür. Äh, kannst du mir wenigstens die zwei Dietrich noch geben? Ich geb dir dann morgen 80.000. Ja, dann komm her. Aber am besten bitte fang schon an zu knacken, sei mal so gut. Ja, gut. Nein, dann knackst du den einen, ich knack den anderen. Doppelte, ja, Chance. Ich mach mich grad selber ab, dass mein Internet ausgeht, aber... Helikomalt. Die da, das sind einfach nur riesige Einschlaglöcher im Zusammenhang. Aber ich sag dir, drei Geräte, du weißt, wie's da gleich abgeht. Ja, aber die sind auch übelst gesellschaftlich. Das ist scheißegal, ey. Wir haben den Überraschungsvorteil. Wie kommt das Gerät hier hoch? Hm? Wie kommt das Gerät hier hoch? Und hier ist der Typ. Red Bull, alte Schnee. Alte scheiße, ich bleib. Ist die Leitkling. Was? Was denn jetzt? Äh, äh, Asu, knack bitte noch einmal. Den, den gleichen. Ich mach den anderen so lang. Ja, warum den gleichen? Ey, du hast doch noch einen Kiff, oder? Ja, dicke, ich hab den einen schon auf. Ich knack ihn teilweise immer nur mit einem. Hast du, hast du den Schlüssel schon, oder was? Ja, klar. Ey, dann gib ihn mir mal bitte, als allererstes. Da ist nichts mehr drin, hab ich schon gut. Ah, sauber Arbeit. Trotzdem hätte ich gern den Schlüssel. ?